Good morning in the morning. Samstag, der 11. Mai 2024. Strahlender Sonnenschein. Ja, paar kleine Quellwölkchen, aber doch super geiles Wetter. Irgendwie 25 Grad. In der Sonne ist es schon fast zu warm wieder, ehrlich gesagt. Aber passt schon. Es ist so ein Hauch von Sommer mal. Endlich. Ja, was gibt es zum Tag zu sagen? Erstmal müssen wir über die Nacht reden. Ich sage nur geile Polarlichter. Richtig cool. Ihr habt einen Zeitraffer hinbekommen, der richtig schön aussieht. Den bekommt ihr dann hinten dran gehängt hier. Ja, will ich euch nicht vorenthalten. Ist richtig schön geworden. Gefällt mir. Ja, ansonsten waren wir heute in Eschweiler unterwegs. Es gibt ein paar wenige Bilder, weil es war zu voll und zu hier und da und dort. Und ich bin nicht wirklich zum Film gekommen, ehrlich gesagt. Aber nun ja. Ein paar Bilder haben wir. Also kriegen wir ein schönes Video zusammen mit Bildern, die ihr sonst nicht zu sehen bekommt. Judi, ich würde sagen, reden wir gar nicht groß drum rum. Es ist nämlich schon spät nach 17 Uhr und ich möchte noch ein bisschen schneiden. Ja. Und ich verabschiede mich mit meinem obligatorischen Tschötschö. Winke, winke und bye, bye. Macht's gut. Euer allseits unbeliebter Grimmling. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018